Und hier sind wir auch wieder bei Let's Play Final Fantasy XII The Zodiac Age. Wir haben... Ich bin auch Lizenzen eingeführt, was ist hier? Jemand am Ralf-Uku-Rakel. Nehmen wir den MP-Bonus, dann kann ich hier... Zumindest Irrlichter... Schon mal soweit vorbereiten. Das waren meine Fenster. Ich meine aber keine andere Lizenz ist jetzt so richtig gewesen. Egal. Wir wollen weiter. So? Jetzt haben wir ihn! Jetzt haben wir ihn! Ja, wir sind weg! Wer wäre nächstes Mal? Loser Ranks! Bring her her down! Loser Ranks! Loser Ranks! Loser Ranks! Loser Ranks! Loser Ranks! Loser Ranks! So! Wir haben erstmal ein paar realen Zepaten. Was machen wir mit den realen Zepaten? Ich stelle nicht für den Cloudy. Wenn sie sich das natürlich erlauben lassen. Einmal glaube ich es. Moin! Äh... Also einfach nur ein Mausbalt! Ich bin von Vaughn. Und das ist Baltheer. Und hey! Was ist dein Name? Amalia. Amalia, huh? Nice to meet you. There were others with me. I'm sorry. No. Huh? Oh, now isn't that impressive? Don't get any ideas. I said it's mine. I'm afraid the jury's still out on that one. You stole that? Yeah. Have you finished? When the guards don't report in, they'll come looking for us. If they aren't already. You should come with us. Better than being by yourself. Very well. What's wrong with her? You have a lot to learn, before we even get started on your thievery. What's that mean? You have a lot of time. Tja. Ein guter Wahn. Das bedeutet so viel, wie... Äh... Zeitlich so... Oh ja, das hab ich geklaut! Ich hab's... Äh... Äh... So, was ich noch nie? ... Ist... ... ... Wir müssen uns noch wieder auf unseren Wahn schmeißen. Das wäre doch gar nicht mehr so verkehrt. Die Situation braucht, dass ich so eine Hilfe von mir finde. Obwohl es aus Thieves ist. Ich werde dich unternehmen, bis wir meine Schumpen nicht mehr finden. Dann denken wir sie als eine Gestein. Unlike Fran oder ich, unsere Gestein wahrscheinlich nicht von jemandem beherrn. Und sie wird weg, wenn sie es lieben. Also, wir bleiben zu unseren Fällen und sie zu ihr. Ich glaube, wir finden, dass wir sie in Valor finden, so ein aufstander Mitglied der Insurgents zu sein. Resistenz! Amalia ist als Gästin zugestoßen. Well, was warten wir für? Im Gegensatz zu Gefährten stehen Gästen nicht alle Kommandos und Funktionen zur Verfügung. Ja, mit Gästen verhält das sich leider so ein bisschen anders. Wir können zum Beispiel die Ausrüstung nicht umändern. Wir haben auch... ... ähm... ... leider nicht so im Bild so wunderschön in der Gamut-Leiste. Gäste können auch nicht rausgenommen werden. Aber, was natürlich schön ist... ... man kann den Gast spielen. Das gab es vorher nicht. Man kann den auch nervös Befehlen zuordnen. Und leider, leider, leider haben sie auch die Sache rausgenommen. Zum Beispiel... ... ähm... Ich glaube, der nächste Gast ist das sogar schon. Er hat in der normalen Version sehr häufig mit Potions um sich herum geschmissen. Die er aus seinem Hut gezaubert hat. Das ist hier leider nicht der Fall. Unser Zeitpunkt. In Ordnung. No. Unser Zeitpunkt Entschuldigung. Aus dem Untertitel so irgendwie habe ich das gefühl ist es ein bisschen laut augen tropfen auf amalia leider kann amalia keinen stark necrom im grotchen aber wisst ihr was ich mache mir folgendes natürlich lässt er sich nicht beklauen er ist größer als die anderen würde ich hier bitte aufhören meine leute zu erblinden ja 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 So, ah. Großartes statt Glückwunsch. Im Englischen steht da ja, congratulations. Ich muss mal irgendwas anderes schließen. So. Vielleicht läuft es jetzt auch ein bisschen besser. So, das ist ein Schatz. Mit Phönix-Feder. Oh, da ist noch ein Schatz. An der Hype-Option. Ich glaube, das ist die erste Hype-Option, die wir überhaupt bekommen haben. Nö. Aber wir können was anderes machen. Auto. Die beiden Splitter, die kann ich dann auch irgendwann mal verkaufen. Brauche ich sowieso nicht. Also, ich zumindest habe sie noch nie benutzt. Da du so frecherweise einfach mal da ankommst. Ich glaube, ich glaube, das ist erstmal 50 Geld. Ja, schön. Ein Wasserstein. Alles Zeug, das ich verkaufen kann. Noch mehr Dunkelsteine. Ich will jetzt auch nicht die Kämpfe weg so hindermaßen lang ziehen. Dämonen-Auge. Schau, dass hier nichts ist. Oh, da sind Schätze. Gegen Gift. Das gibt es nicht. Ah, Bustier ist auch verblendet. Okay, das ist nix. Das ist kaputt. Oh, da ist ein Schatz. Wo komme ich denn? Von der anderen Seite. Ich habe mir natürlich auch nicht meine Karten bereitgelegt, damit ich dann mal... Oh, da ist ein Schatz. Ein Langschwörf. Ach ja, ausrüsten kann ich sehr gut sein. Ha, 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 ha. Gut, die Waffe ist gar nicht mal so schlecht. Das ist dicht. Also... Schnell nix raus hier. Hier ist... Durchgang. Und mein Fuß ist eingeschlafen. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz.